Hallo Leute, heute beim Ein-Minuten-Star Isabel Schmidt. Hallo Isabel! Hallo! Ja, deine Stimme kennt man ja vor allen Dingen, glaube ich, aus Tour de Half Men. Wen sprichst du denn da? Äh, da spreche ich die Candy. Und die Candy ist die Freundin von? Die ist die Freundin von Ellen. Erst von Charlie und dann von Ellen und dann lange von Ellen. Okay, kannst du da vielleicht mal irgendeinen Satz oder sowas, den sie oft sagt, machen? Ellen, ich hab meine Zahnbürste vergessen. Okay, und was anderes im Realbereich vielleicht noch? Ähm, im Realbereich fällt mir noch ein, die Dominique Di Piero aus, äh, Quatsch, aus Mr. Robot. Okay, und im Zeichentrick- oder Anime-Bereich? Da ist eine Rolle, die ich seit Jahren spreche, die Dana in den Oktolauten. Naja, das kenn ich auch, ja. Na gut, das war schon mal wieder alles, dann schaltet wieder ein, wenn das heißt, der Ein-Minuten-Star. Tschüss!